Als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der ZHW bin ich in unterschiedlichste Forschungsprojekte mit involviert und bearbeite verschiedenste Forschungsthemen zusammen mit den Projektpartnern, also auch mit meinen Kollegen der Fachgruppe, um unterschiedlichste Fragestellungen zu untersuchen und zu beantworten. Die Arbeiten beinhalten zum einen zellkulturtechnische Aspekte, also auch Modellierungsaspekte am Computer, um gewisse Prozesse besser zu verstehen. Das Masterstudium bot mir die Möglichkeit, mein Vorwissen aus dem Bachelorstudiengang weiter zu vertiefen. Zudem konnte ich mein wissenschaftliches Netzwerk weiter ausbauen und nun auch eine akademische Laufbahn einschlagen. Am Masterstudium hat mir vor allem der sehr starke Praxisbezug gefallen, die Arbeiten in den gut ausgestatteten Laboren mit meinen Mitstudierenden, als auch die Freundschaften, die daraus entstanden sind. Das Studium würde ich all denjenigen empfehlen, die gerne einen Mix aus technischen Aspekten zum einen, als auch aus biologischen Aspekten zum anderen miteinander verbinden möchten, um ein besseres Wissen, Verständnis zu erlangen und auch all denjenigen, die eine akademische Laufbahn einschlagen möchten. Vielen Dank.